Bei dem beliebten Messaging-Dienst WhatsApp gibt es eine große Neuerung. Ab sofort können User ihre Nachrichten automatisch verschwinden lassen. Hierzu muss der Nutzer den entsprechenden Chat aufrufen und dort in den Einstellungen Ablaufende Nachrichten aktivieren. Dann verschwinden versendete Nachrichten nach sieben Tagen automatisch. Mit dieser Funktion erinnert WhatsApp an den Messaging-Dienst Snapchat. Bei der App können User Nachrichten und Bilder ebenfalls automatisch verschwinden lassen. Allerdings können sich die WhatsApp-User nicht vollständig auf die neue Funktion verlassen. Denn wurden die Nachrichten im Vorfeld weitergeleitet oder ein Screenshot des Chatverlaufs gemacht, verschwinden diese natürlich nicht von der Bildfläche. Anders als bei Snapchat werden Screenshots bei WhatsApp nicht angezeigt. Auch versendete Bilder, die vom Smartphone automatisch gespeichert wurden, werden nicht vom Gerät gelöscht. Mit dieser Funktion reagiert WhatsApp übrigens auf die Wünsche vieler User. Die hatten nämlich mehrfach darum gebeten, Nachrichten im Nachgang doch wieder verschwinden lassen zu können. Denn egal ob im Beruf oder im Privatleben, es gibt Nachrichten, die einen in eine ziemlich unangenehme Situation bringen können.